Hallo, liebe Gästinnen und Gäste und liebe Lehrende und Studierende. Ich freue mich sehr über die Einladung und dass diese Ausstellung, die für mich und mein Team so formativ war, dass ich die hier nochmal vorstellen darf. Und ich beginne vielleicht gleich einerseits mit dem Teilen der Screen und mit der Präsentation. Und jetzt müsste eigentlich dieses erste Slide zu sehen sein, das meinen Namen nochmal zeigt und ein Motiv aus meiner Praxis. Und übrigens, ich würde mich auch freuen, falls es Zwischenfragen gibt oder auch Gedanken dazu, vielleicht einfach auch reingrätschen, damit das Ganze nicht nur zu einem Vortrag wird, der sie in den Schlaf wiegt, sondern es vielleicht auch ein Gespräch sich ergibt. Das würde mich freuen. Ja, ich beginne mit diesem ersten Bild, einfach um mich vorzustellen und nochmal diesen Begriff Klassizismus von Klassizismus abzugrenzen. Denn diese Verständnisschwierigkeit, die ist uns immer wieder beim Kuratieren der Ausstellung untergekommen. Tatsächlich ist dieses Wort oder der Begriff ja für viele Menschen gar nicht so, noch nicht so geläufig. Und auch mir war der beinahe neu, denn er hat plötzlich was zusammengefasst, was für mich so immer wieder eine Fragestellung war oder ein Gesprächsthema in Kunstkontexten, wo ich aber nie genau den Finger drauflegen konnte, was es eigentlich ist, das mich beschäftigt. Was es ist, was dieses dauernde Gespräch über vielleicht Zustände in der Kunstwelt und deren starke Hierarchien, wie man das einfangen könnte. Und da war für uns diese Gesprächsgruppe eben von Annalena, Anna, Silke und Frauke so ein total gutes Format, um sich auszutauschen und da Erfahrungen zu teilen, die eben mit Klassenunterschieden im Kunstfeld zu tun hat. Und da würde ich jetzt mal auf die nächste Folie gleiten, um einfach mal kurz den Vortrag jetzt nochmal für in der Gliederung Ihnen vorzustellen. Also es gibt ein kurzes Intro, dann begleite ich eben durch die Ausstellung Klassenfragen und das kuratorische Konzept. Es wird sowas wie eine, ja, wie eine geile Tour sein, ein moderierter Rundgang und danach stelle ich kurz ein Vermittlungsprogramm und eine Schulkooperation vor und dann gibt es sowas wie einen Ausblick. Ja, vielleicht beginne ich aber erst mal mit der Frage, wo Ihnen Klassismus in der Kunst bisher begegnet ist. Falls schon mal so zwei Begriffe hergibt, die so total zentral sind, eben die soziale Herkunft und eben den Zugang zu den Kunstformen, die wir sehen oder die wir wahrnehmen. Und dazu kommt dann vielleicht, könnte vielleicht auch noch sowas kommen wie finanzieller Zugang zu diesen Institutionen, ja. Also einfach schon, ob man sich ein Eintrittsticket kaufen kann für eine Ausstellung, spielt vielleicht schon eine Rolle innerhalb von Zugängen. Und dann natürlich auch vielleicht die Zugänge, die dann innerhalb sowas von einer Klassenreise dazukommen, ja. Also es gibt ja viele Menschen, die vielleicht auch gerade, ja, vielleicht aus privilegierten Verhältnissen kommen und dann aber vielleicht auch in finanzielle Abhängigkeiten gleiten. Also wir haben das Klassenreise genannt, fand war für uns so ein guter Begriff, um vielleicht auch die sich verändernden Zugänge und die sich verändernden Voraussetzungen innerhalb der Kunstwelt zu beschreiben. Also es gibt bestimmte Eintrittskarten, ja. Wenn man keine Ausbildung einer Akademie genossen hat, wenn man damit auch den Sprech nicht gelernt hat, der in der Kunstwelt sich behaupten dazugehört, dann wird es schon mal schier unmöglich, einen Antrag zu stellen, um Fördergelder zu bekommen. Und dazu kommen wir auch gleich. Ja, also die unterschiedlichsten Zusammenhänge und über die werde ich jetzt sprechen. Aber weil das eben, wie gerade schon aus der Gruppe hier kam, es so viel mit Zugang und Herkunft zu tun hat, Klassismus, beginne ich mal mit meiner eigenen Herkunft. Das hier ist eine Postkarte, ja, die ich sehr, sehr genau kenne. Die zeigt so das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Also das wäre meine Herkunft. Es ist ein Bauernhof, der Bauernhof meiner Eltern. Und von dem gab es eine Postkarte, weil da Urlaub gemacht wurde in den 60er und 70er Jahren. Da sind vor allem Berliner Gästinnen untergekommen, die dort Ferien gemacht haben. Und dieses Haus, wie jede Postkarte, zeigt das natürlich sowas wie eine Urlaubsfantasie. In dem Fall für diese Berliner Arbeiterinnen, also für auf dem Balkon zuerst Frau Groth und dann Herr und Frau Stumpe mit dem Pudel Anja. Also ich kann mich noch sehr gut an die erinnern. Dieser Betrieb, der hat sich dann aufgelöst. Und wie bei jeder Postkarte nochmal, ist natürlich immer nur die, also es ist nicht nur die Vorder-, sondern auch die Rückseite interessant. Und wenn man jetzt einfach nur mal von der Rückseite, von dem Motiv spricht, dann sieht man hier natürlich, wie bei jedem Bild, immer nur das, was drauf ist. Und das, was auch schon, also auch jenseits des Bildrahmens ist, das sieht man nicht. Oder hier die Rückseite eben, das wäre, wer da eigentlich lebt und arbeitet. Meine Eltern, die ständig am Schuften waren. Also auf dem Bauernhof, der gleichzeitig ein offenes Haus war für diese Gäste und Gästinnen, für die Verwandten, für das ganze Dorf. Also es gab in diesem Haus wenig Privatheit. Und mit der Grenzöffnung, mit dem Fall der Mauer hat sich das, und mit dem Zusammenbruch der Landwirtschaftsform in Deutschland in so einem kleinwirtschaftlichen Rahmen, hat sich dieser Hof aufgelöst. Und übrig blieben dann einfach nur die Postkarten. Und die habe ich dann zu Beginn meines Studiums, das ich in Nürnberg begonnen habe, zerschnitten. Also es waren dann noch furchtbar viele Postkarten da, denn die wollte irgendwie sowieso niemand haben. Und die habe ich dann so zerlegt und daraus dann so ein kaleidoskopisches Muster erstellt. Also man sieht hier eben wiederum den Balkon und den Kirschbaum und dieses ganze bäuerliche Tamtam oder vielmehr diese bayerische Fantasie, die gar nicht lokal überhaupt greifbar war. Und darauf habe ich dann solche Muster gelegt. Und die habe ich dann auf ein unfertiges Bild von meiner Familie draufgeklebt, das ich auf ein Türblatt aus dem Haus draufgemalt hatte. Also man muss wissen, in diesem Haus war alles voll gemalt. Es gab quasi eigentlich überall Kunst, nur wurde dafür nicht der Begriff Kunst gewählt, sondern es war einfach Dekorationsmalerei, das war Bauernmalerei. Das ganze Haus war komplett ausgemalt. Also Kunst gab es da nicht und Bücher auch eher wenige. Wir haben Dialekt gesprochen und man kann vielleicht auch so an den Händen meines Vaters sehen, dass eben Arbeit und eben körperliche Arbeit im Vordergrund stand und geistige Arbeit oder auch das Lesen oder das Bilden nicht gewertschätzt wurde. Also das ist so mein Klassenhintergrund. Man kann jetzt, ich gehe jetzt mal auf die Ausstellung Klassenfragen über. Also ich bin danach, habe dann eben studiert, bin in Berlin angekommen irgendwann und bin da in so, ja habe einerseits immer ausgestellt nach meinem Kunststudium, aber eben auch, um das zu finanzieren, einfach alle möglichen Jobs gemacht, die von, also für mich jetzt eigentlich ein Privileg auch, immer im Rahmen der Kunst waren und gleichzeitig aber immer, ja, ziemlich schräge Arbeitsbedingungen, nie Verträge, high and fire, kleine Beträge. Also es hat sich immer irgendwie selbstständig über Wasser gehalten und das mit unglaublich vielen Jobs. Also ich hatte einmal zeitgleich elf Jobs nebeneinander. Und dieses Jonglieren mit den Jobs lässt einem, lässt es fast unmöglich machen, eigentlich Kunst zu machen, ja. Und genauso ging es auch Frauke, Silke, Anna und Annalena. Und so haben wir uns über diese Gespräche, über unsere Erwerbsbedingungen eben auch immer wieder über die, ja, unfairen Arbeitsbedingungen in der Kunstwelt unterhalten und uns auch gefragt, wieso, wie es denn eigentlich die anderen die ganze Zeit schaffen, ja, und haben aus diesen Gesprächen heraus dann einen Antrag gestellt bei der NGBK, also wenn sie eine Ausstellung entwickeln möchten mit drei bis fünf Freundinnen oder Kolleginnen, dann können sie das machen und sich bei der NGBK darum bewerben und dann kriegen sie ein relativ großes Budget, um eine Ausstellung zu realisieren. Und wir haben eben diesen Pitch gewonnen und dann konnten wir diese Ausstellung Class Issues oder Klassenfragen, hier im englischen Titel Art Class Issues, Art Production in and out of Precarity entwickeln. Ja. Wir haben dann eben ganz viele Künstlerinnen und Künstler besucht in den Ateliers und immer wieder mit der Linse der fünf, ja, Ausstellungskluster Titel, die wir uns so als Themen oder als Forschungsfelder vorgenommen hatten. Da ist eben einerseits Klassismus als Hindernis, dann das Thema der Produktionsbedingungen, Kunstmarkt Wahnsinn, haben wir ein anderes Themenfeld genannt, Leerstellen und Handlungsoptionen. Ja, und ich werde jetzt durch diese einzelnen, also ich beginne jetzt durch die Ausstellung zu führen und werde dabei jeweils diese einzelnen Themenfelder so als, ja, als Guideline verwenden, um uns dadurch zu bewegen. Ich lese auch mal kurz aus dem Konzepttext der Ausstellung vor. Im Arbeitsfeld Kunst treffen extreme Klassenunterschiede aufeinander. Dem Karriereversprechen des Kunstmarkts stehen die häufig prekären Lebensrealitäten und Produktionsbedingungen für KünstlerInnen gegenüber. Hinter dem sichtbaren Glamour lauern verschwiegene Armut und Abhängigkeitsverhältnisse. Wir wollen darüber sprechen, wie stark die soziale Herkunft Zugänge und Karriere beeinflusst und die Kunstproduktion von ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital abhängig ist. Die Ausstellung beleuchtet strukturelle Benachteiligungen und verhandelt Fragen, wie Klassismus im Kunstfeld aufwirft. Herkunft als Hindernis Wenn die soziale Herkunft den Zugang zu Ausbildungsinstitutionen, Ausstellungsmöglichkeiten oder Forderungen erschwert, handelt es sich oft um Klassismus. Dieser kann sich in mangelnden finanziellen Ressourcen, fehlenden Kontakten und Ansprechkompetenzen oder dem Nichtbeherrschen, das in diesem Kontext üblichen Habitus ausdrücken. Oft verschränkt sich Klassismus dabei mit Diskriminierungsformen wie Sexismus, Rassismus und Ableismus. Die Ausstellung beleuchtet, wie stark die künstlerische Praxis von den Folgen dieser Diskriminierungserfahrung beeinflusst sein kann. Selbstzweifel und selbstmanipulative Strategien sind zwei Beispiele dafür, wie sich die Diskriminierungserfahrungen auf die psychische Gesundheit auswirken können. Oft wird nach individuellen Gründen für das eigene Scheitern gesucht, statt die ausschließenden Strukturen des Kunstsystems dafür verantwortlich zu machen und zu kritisieren. Die Ausstellung möchte diese Strukturen offenlegen und für die dahinterliegenden Zusammenhänge sensibilisieren. Deshalb haben wir Arbeiten ausgewählt, die klassistische Zuschreibungen aufgreifen und brechen, zum Beispiel in Form ironischer Überspitzungen und Aneignungen. Ja, wenn man jetzt in diese Ausstellung reingegangen ist, dann ist einem da gleich am Anfang ein Hindernis entgegengestellt worden. Das war ein Reitsport-Hindernis. Und ja, Reitsport ist natürlich einerseits ein Vergnügen, das eher finanzielle Ressourcen erfordert und nicht notwendigerweise für alle zugänglich ist. Und wir kamen auf dieses Reitsport-Hindernis einfach nur, weil wir am Anfang unsere Recherche Begriffe gegoogelt haben. Ja, wir haben einfach in Suchmaschinen Begriffe eingegeben, wie zum Beispiel Hindernis. Und dann sind wir als ersten Hit auf hindernisshop.de gekommen und da konnte man eben Reitsport-Hindernisse erwerben. Und wir haben die Firma dann angeschrieben und dieses besonders schöne Reitsport-Hindernis mit diesem Emoji, das da drunter auch so hing, ausleihen dürfen. Also mit einem Hindernis ist es ja besonders spannend, dass man entweder, also wenn man jetzt ein Pferd wäre, sich überlegen kann, ob man da jetzt drüber setzt, ganz leicht, weil man es eh gewohnt ist und das eigentlich gar nicht als ein Hindernis wahrnimmt, sondern eher als eine eigentlich leicht zu nehmende Herausforderung. Oder als ungeübtes Pferdchen vielleicht eher stoppt und zurückschreckt und vielleicht einfach wieder zurückgeht und gar nicht erst zum Sprung ansitzt. Oder wenn man schlau ist, einfach unten durch oder drumherum geht. Ja, also mit Hindernissen kann man ja auf unterschiedliche Arten und Weisen umgehen, aber das hat häufig mit auch eben Ressourcen zu tun. Ja, der Ausstellungsraum, wie Sie sehen, der war gefüllt mit so einem Wust von Arbeiten. Also es war recht voll da drin. Und diese etwa 30 künstlerischen Positionen, die bestanden eben aus Audioarbeiten, die Sie übrigens auch auf der Klassenfragen-Website nachhören können. Filmarbeiten, die hier jetzt nicht in der Präsentation zu sehen sind, die aber auch auf der Klassenseiten-Website zu sehen sind, die zum Teil sehr entweder, ja, also tatsächlich auch sehr humorvoll, witzig, tragisch oder nachdenklich bestimmend sind. Ja. Und wir gehen jetzt aber, ups, Moment, zur, zu den, zum nächsten Hindernis über, denn hier ganz links im Bild sieht man noch so ein Hindernis, das von Silke Nowak, einer der Kuratorinnen kommt, die dieses Hindernis als sowas auch in den Raum reingestellt hat, das man einfach nehmen und rumtragen kann. Ja. Silke beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit Räumen, in ihrer malerischen Arbeit und diese malerischen Auseinandersetzungen mit Räumen, die sind häufig wie ein Spielfeld, wo man in den Raum reingucken kann und da so ein farbiges Hindernis sieht und sich dann auch überlegen kann, genau wie bei dem Hindernis, das wir gerade gesehen haben, ob man, wie man damit umgeht, ob man da reingeht, rausgeht, drüber hinweg geht oder eben stehen bleibt. Und rechts daneben eine Fotografie von Matthias Horn, Passion Impossible, sieben Tage Notruf für Deutschland, eine Bahnhofsmission. Das ist ein Foto von 1997, wo hier im Zentrum Christoph Schlingensief steht, der eben zusammen mit dem Hamburger Schauspielhaus eine Aktion gestartet hat in einer, also ich habe gerade gesagt, dass ich hier in einer Polizeistation sitze, in einer aufgelassenen Polizeistation in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs und das zu einer Wärmestube und Zuppenküche umgewandelt hat für die vielen wohnungslosen Menschen, die in Hamburg unterwegs sind. Und dieses Thema der Wohnungslosigkeit, das hat uns eben auch immer wieder beschäftigt, denn auch das ist was, was einfach mal Zugänge natürlich massiv beschränkt und wo künstlerische Produktion nochmal extrem präkarisiert sichtbar wird. Wir haben eben auch Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die entweder mal wohnungslos waren oder wohnungslos sind. Über der Ausstellung, ja da hing, haben Sie vorhin schon gesehen, so ein rosanes Banner und das ist eine Arbeit von Vlad Brateanu. Das ist ein Künstler, der vor etwa vier, fünf Jahren nach Berlin gekommen ist, aus Rumänien und dort eben Kunst studiert hatte. Seine Arbeiten haben eher so einen institutionskritischen Anspruch. Es sind häufig gerichtet mit einem kritischen Blick auf die Institutionen der Kunst, mit einem fragenden Blick und es geht häufig eben um Zugang. Und Vlad hat eben während der Corona-Pandemie an einer Ausstellung teilgenommen, die über den Balkon stattfand. Also man hat da quasi so Bettlaken über den Balkon gehängt und damit so in die Straße künstlerische Arbeiten getragen. Und seine war eben dieses Banner, auf dem steht, an artist who cannot get funding is no artist. Ja, also wir haben vorhin schon über die Fördermöglichkeiten gesprochen und über die spricht Vlad hier, aber auch in einem Zitat von Vlad Stilinovic, denn der hat 1994 aus seiner osteuropäischen Herkunft aus Osteuropa damals genau das gleiche Banner entworfen, mit dem gleichen Font, in der gleichen Farbe. Aber da stand drauf, an artist who cannot speak English is no artist. Ja, also wenn man nicht Englisch sprechen kann, dann wird es in der Kunstwelt und der, ja, dem Zugängen dazu ganz schön schwierig. Ja, denn das, die Lingua Franca in der Kunstwelt ist eben Nolens Volens wohl Englisch. Und wenn man dann bei einer Öffnung rumsteht und nicht mitreden kann oder eben einfach auch keine Reiseerfahrung hat und nicht flüssig Englisch spricht, dann wird es wiederum schwierig, vielleicht wahrgenommen, ernst genommen, gesehen zu werden. Anka Benera und Arnold Estefan, die haben da 2015 dann den Spruch draus gemacht, an artist who cannot network is no artist. Also wenn man nicht netzwerken kann, dann, ja, und vielleicht erst still zurückgezogen oder vielleicht auch nicht nur extrem schüchtern, sondern vielleicht auch unter psychischen Beeinträchtigungen lebt oder damit lebt, dann ist auch dieses Asset, also des Netzwerkens, weitaus schwieriger. Ja. Und damit haben wir eigentlich mit diesen drei, ja, man könnte sagen, Bannern, auch die drei Felder, über die Sie ja sicherlich auch schon gesprochen haben, hinsichtlich Kassismus genannt, eben einerseits soziales Kapital mit dem Networking, dann ökonomisches Kapital mit dem Funding und das soziale Kapital oder vielmehr das kulturelle Kapital, das wäre eben so eine Sprachfähigkeit wäre. Tja, also die Herkunft, die bei Vlad so auch eine Rolle spielte, eben aus Osteuropa kommt und dann eben in Berlin eben, ja, sich durchschlagend als Fahrradkurier, während man versucht, künstlerisch tätig zu sein. Diese Herkunft aus dem Osten, die hat gerade nach dem Mauerfall viele Künstlerinnen und Künstler ins Abseits gedrängt. Ja, gerade Künstlerinnen aus Ostdeutschland, das war auch für uns so ein interessantes oder wichtiges Feld der Forschung, hatten kaum mehr Ausstellungsmöglichkeiten oder hatten Schwierigkeiten, sich in den dominanten westlichen Kunstdiskurs einzufinden oder da gesehen zu werden oder diese schnelle Wendung hinzubekommen oder wurden einfach wegkuratiert. Ja, also ich erinnere mich sehr gut, als ich in Ostdeutschen Museen in den 90er Jahren ging, erstaunt war, die Kunst dort zu sehen, die ich aus dem Westen kannte. Also, dass da über Nacht ganze Sammlungen verschwunden sind, die jetzt erst langsam wieder zum Vorschein kamen. Und da haben wir Gabriele Stötzer eben eingeladen in die Ausstellung, die diesen Umschwung oder diesen Umbruch oder diese auch, ja, ich weiß nicht, man könnte es vielleicht auch Kolonisierung nennen, in ihren Arbeiten thematisiert haben. Gabriele Stötzer gehörte zu einer Künstlerinnengruppe, Künstlerinnengruppe, zu der Künstlerinnengruppe Erfurt, die in Erfurt eben Praktiken genutzt haben, die Performance, Modenschauen, Soundpieces und so weiter, öffentliche Performances, also relativ fortschriftliche Praktiken für die 80er Jahre und dabei den herrschenden Kunstdiskurs in der DDR infrage stellten. Gabriele Stötzer war selbst ein Jahr inhaftiert vorher und hat sich eben ganz kritisch dem herrschenden Kunstdiskurs gestellt. Und was wir hier sehen, sind zwei Arbeiten, die eben 1990 entstanden sind. Einmal das Fanta-Kleid und einmal der Mund der Wahrheit. Das Motiv ist Ihnen vielleicht bekannt. Die Boccalilla de la Verità ist so ein Marmorstein in Rom, in dem man seine Hand reinsteckt. Das war eigentlich mal ein Brunnen, den, und wenn man da seine Hand reinsteckt und der nicht zuschnappt, dieser Mund, dann hat man eben die Wahrheit gesagt oder spricht die Wahrheit. Und das Ganze ist auf einem ollen Pappkarton, der so schwarz gefasst ist, gemalt. Also es geht da quasi so einerseits in einem Karton, es ist eine Kartonnage, eine Verpackung, eben um den wahren Charakter von Kunst, der wäre eben vermutlich der wahren Charakter. Und darauf sind dann so die Labels von Getränken, von West-Getränke-Marken draufgeklebt. Und daneben eben die Fanta-Dosen. Wieder Getränkedosen, alle leer. Also was Verbrauchtes, was Aufgebrauchtes. Und das wäre eben, war für Gabriele Stötzer in ihrer eigenen Aussage eben auch was, was sie so erstaunt hat, dass das, was mal so fetischisiert war, die West-Produkte, die man eben nur im Intershop teuer kaufen konnte, dass die über Nacht plötzlich so dauerverfügbar waren und plötzlich eben so in der, also den, den die Müllkörbe gefüllt haben. Ja, also dieses Bewerten wertvoll für wertvoll empfinden und dann entwerten. Und wie schnell was entwertet werden kann, das ist vielleicht auch so Thema dieser Praxis. Die Ausstellung war eben so in einem großen Raum, der getrennt war von dieser weißen Wand, könnte man sagen, die hier im Zentrum steht. Und das ist eine Arbeit von Franziska Lisa König, von Jasminka Greganowitsch König und Lisa Greganowitsch. Sie sehen schon an den Namen, dass da ein Verwandtschaftsverhältnis besteht zwischen diesen drei Frauen. Lisa Greganowitsch lebt in, warte mal, in Kroatien. Jasminka Greganowitsch König lebt in Süddeutschland und ist aber aus Kroatien eingewandert. Und Franziska ist die Tochter wiederum, also es ist Mutter, Tochter und Großmutter. Und die arbeiten gemeinsam, ja, also generationenübergreifend. Und was wir hier von den drei Frauen sehen, das wäre einmal eben die Vorhänge hier, die von Lisa Greganowitsch sind. Also das Haus von Lisa Greganowitsch in Kroatien, das muss man sich so vorstellen, das ist auch ein kleines Bauernhäuschen. Und es ist über und über gefüllt mit Dekorationsmustern. Ja, es ist alles voll mit gehäkelten Deckchen, Vorhängen, Mustern. Also alles Formen von Kunst, die gar nicht Kunst genannt werden oder eher Abwertung erfahren. Ja. Und dann, was wir nicht sehen, hier sind die, das wäre dann auf der Rückseite, aber hier auch kaum wahrzunehmen. Goldschmiedearbeiten von Jasminka Greganowitsch-König, also der Mutter von Lisa, äh, von Franziska Lisa, die, ähm, ähm, die eine Goldschmiede-Ausbildung gemacht hat, die aber niemals damit Geld verdienen konnte, weil es, ähm, einfach ein Geschäft ist, das auch eben so, ja auch brotlos sein kann wie die Kunst und stattdessen als Feinmechanikerin arbeitet. Und dann eben Franziska, die hier diese Leinwände dazu gepackt hat. Und die kommen eben auch nicht aus ihrer eigenen Produktion, ja, denn, äh, Franziska ist, ähm, die hat, äh, die hat, die dachte nie, dass sie eben jemals Künstlerin werden kann. Und ist da eher so in, durch Zufall reingerutscht, denn der Klassenhintergrund ihrer Familie, der hat ihr keine Zugänge geliefert, sondern sie hat einfach zufällig bei Pimki, wo sie gearbeitet hat, als Einzelhandels, ähm, Verkäuferin, äh, jemanden kennengelernt, die zu ihr meinte, ach, du probierst doch mal in der Akademie mit deinen Sachen, du, äh, interessierst dich doch für Fotografie, mach, mach doch einfach eine Ausbildung dort. Und dann ist sie Künstlerin geworden. Und weil aber diese künstlerische Praxis unfinanzierbar ist, arbeitet sie immer in Institutionen, so wie ich das eben auch tue, und, ähm, hat dort diese Leinwände abgestaubt, die, äh, ein Künstler in der Residency einfach zurückgelassen hat. Also, wenn wir Leinwände sehen, dann denken wir natürlich sofort an künstlerische Produktion, ja. Also, wenn eine Leinwand an der Wand hängt, dann denken wir wahrscheinlich relativ schnell an Kunst und, äh, weniger schnell vielleicht an Schalldämpfer oder, äh, einfach nur Deko oder, ähm, ja, ähm, also wieder zur Zuschreibung, die Materialien, ähm, herstellen. Also, Wertbewertung, die, äh, Kunst aufmacht oder abgrenzt von vermeintlich Nicht-Kunst. Und dieser Titel Holdings, der spielt eben auch einerseits auf den Kunstkontext an, ne. Wir sprechen so von den Holdings of a gallery or a museum or a collection. Also, die Sammlung, könnte man sagen. Und das kann aber auch einfach so der persönliche Besitz sein, ja. Oder das, woran man festhält. Ja, zu den Produktionsbedingungen. Wie kann man Kunst machen, wenn die Produktionsmittel dazu beschränkt oder nicht vorhanden sind? Wenn dafür kein Raum zur Verfügung steht und die Vorstellung, sich ein Atelier leisten zu können, vermessen oder schlichtweg abwegig ist. Was, wenn man eine Arbeit geplant hat, diese aber aufgrund mangelnder Ressourcen nicht realisieren kann? In der Ausstellung werden Werke präsentiert, die den prekären Arbeits- und Lebensbedingungen im Kunstfeld verhandeln und dokumentieren. Exemplarisch stehen dafür Produktionen, die aufgrund fehlender Ressourcen im Entwurfsstadium verblieben sind. Ein weiteres Beispiel sind KünstlerInnen, die auf Arme Materialien oder standardisierte Formen, Formate zurückgreifen oder sich zum Beispiel aufgrund mangelnder Lagermöglichkeiten in der Größe der Arbeiten beschränken. Da beginnen wir mit Arbeiten von Doug Boatwright. Douglas Boatwright ist auch nach Berlin gekommen, wie so viele Künstlerinnen und Künstler, die gerade in den letzten Jahren eben nach Berlin gekommen sind, weil es eben so das Gerücht gab, dass hier es eben günstigen Atelierplatz und gute Arbeitsbedingungen gibt. Ist ja in der Zwischenzeit leider nicht mehr der Fall. Und was Doug mitbrachte, war eben Computer und Drucker, ja, und den hat er genutzt dann hauptsächlich, um das zu machen, was er eine Winterschlafpraxis nannte, ja, denn er kam gar nicht mehr zum Arbeiten, weil er hier einfach nur noch jobben musste, ja. Und diese Winterschlafpraxis, die besteht darin, dass man den Drucker, dass die Fehldrucke, die beim Drucken rauskommen, also wenn das Gerät streikt, wenn die Tintenpatronen alle sind, dass die als die Arbeit gezeigt werden, ja. Die Fehldrucke, die wir hier sehen, die sind zum Teil so, ja, wertvoll, könnte man sagen, gerahmt oder einfach in so einem Druckerpapierkasten gezeigt oder einfach an der Wand hängend in so einer Folie. Also unterschiedliche Präsentationsformen, die wieder für entweder Wertigkeit, Lagerung oder vielleicht Behelf stehen. Und einfach nur mal ein Bild aus diesem Kontext dieser Bilder rauszunehmen, das ist hier eine Arbeit von Doug Boatwright, die sich aus seinem Archiv speist, das eben sich mit Schwarzsein, mit der Farbe Schwarz, mit Blackness auseinandersetzt, auf unterschiedlichen Ebenen. Gibt es eine Frage oder ich habe gerade so einen Rollsband gehört? Also bitte unterbrechen auch, ja. Also Sie merken schon, ich quatsche einfach endlos weiter. Gibt es da einen Einwurf? Okay, dann mache ich einfach weiter. Also das Schwarze Quadrat, ja, das sah man in den, also 2020 natürlich sehr viel nach dem Mord an George Floyd in Minnesota. Da war das so eine, so ein Solidaritätsbekundungsmotiv auf Instagram, das Ihnen allen bekannt ist. Und das hat Doug Boatwright eben übernommen in seiner Arbeit, um über das, um über Schwarz zu sprechen. Und was wir hier sehen, ist eben ganz besonderes Schwarz. Das ist eine Arbeit von Ed Reinhardt. Das ist ein Maler, der die letzten sieben Jahre seines Lebens nur in Schwarz gemalt hat. Immer schwarze Bilder, aber die sind, diese Schwarzen sind so fein und so, ja, kaum merklich abgetönt, dass man die im Original sehen muss. Man kann die nicht reproduzieren. Ja, es ist unmöglich, ein Bild von Ed Reinhardt wirklich stimmig zu drucken, weil man eben diese Schwarzabstufung kaum sehen kann. Man muss davor stehen. Und was wir vor diesem unglaublich wertvollen Bild von Ed Reinhardt dann sehen, ist eine schwarze Hand, die darauf deutet, es penetriert, da reinfasst, könnte man sagen. Das könnte die Hand von einer Kunstvermittlerin oder einem Kunstvermittler sein, vielleicht auch von einem Sammler oder einer Sammlerin oder auch von, vielleicht auch von einem Museum Guard, der abwehrt, dass man da sich dran fasst oder vielleicht auch während einer Option, also unklar, ja. Aber da werden so unterschiedliche auch wieder Schwärzen sichtbar gemacht, eben die der Haut, die des Körpers, der Inhalte und eben dann dieses Schwarz, das einfach nicht gar nicht mehr, das halt aus verschiedenen Farben zusammengesetzt ist und sehr viel komplexer, als wir das vielleicht erst mal wahrnehmen. Und gleichzeitig eben den Mangel der Ressourcen darstellt, ja. Es ist eine Mangelarbeit, die hier zu sehen ist. Verena Pfisterer hat Arbeiten gemacht, die immer, also die häufig im Entwurfsstadium hängen blieben. Also wir haben Entwürfe von ihr gezeigt, von Arbeiten. Die hat eigentlich große Installationen geplant, die konnten aber nie ausgeführt werden, weil sie einfach nie die Zeit und die Mittel dafür hatte. Das wäre zum Beispiel. Dann hier Arbeiten von, eine Arbeit von Annalena Wenzel, Fundstücke, weil sie auch eben kein Atelier hat und sich keine Materialien leisten kann, geht sie eben auf der, zu spazieren, auf der Straße und so quasi so eine zeitgenössische, ja, so eine, ja, so eine, ja, so eine, ja, so eine, ja, so ein ja, so en passant eben Plastikstücke mitnehmen, die man am Gehweg findet und die man dann putzt und säubert und dann zuhängt. Und dabei eben dann eine Arbeit macht, die so schillert zwischen abstraktem Objekt, Gebrauchsgegenstand, der nicht mehr ganz aufzuklären ist, was er denn war, und dann plötzlich aber auch so eine künstlerische Geste, die Wert behauptet in so einem Museumsraum, während es ja auf der Straße eben einfach nur Dreck ist. Und dann eine Arbeit, oder vielmehr mehrere Arbeiten von Martin Elmar de Haan und Anonym. Das sind zwei Männer, die auf dem Meringdam in Berlin jahrelang, also jetzt auch wieder leben, und dort Kunst gemacht haben, musiziert haben, immer bis sie eben vom Ordnungsamt verscheucht worden sind. Und wir diese Gruppe eben eingeladen haben, ihre Arbeiten in der Berlinischen Galerie zu zeigen. Und dieser kuratorische Prozess, der war auch nicht ganz einfach, denn wenn Menschen eben nicht über ein Mobiltelefon verfügen, wenn sie nicht, ja, wenn sie nomadisch leben, dann ist es schwierig, die zu erreichen und zu finden oder mit ihnen Verabredungen zu treffen, ja. Und das war ein ganz besonderer kuratorischer Prozess, der sich da aufgemacht hat. Und gleichzeitig auch eine interessante Erfahrung, wie wiederum so eine Transformation in den Räumen der Kunst stattfindet, ja. Also diese Umwertungsprozesse und auch das, ja, das Policing von Straßenraum versus das Policing von Ausstellungsraum, ja. Das sind ja, da überschneiden sich ja bestimmte Aspekte. Weiter, ja, Produktionsmittel, Produktionsbedingungen. Hier eine große Arbeit, auch wieder von einer Künstlerin, von Anna Shapiro, die kein Atelier hat und deshalb immer im Ausstellungsraum dann große Malerei produziert. Das ist Reißpapier, das in Tusche getaucht ist und dann an die Wand, ja, man könnte sagen, so geklatscht ist und darüber immer so eine räumliche Wirkung erzielt wird, ja. Ein möglicher Raum heißt die Arbeit auch und für Anna geht es eben immer auch um Räume und wie Räume eben entweder, also Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten sind, ja. Also wie Möglichkeiten Zugänge ermöglichen oder verschließen und wie aber Raum auch eben einfach Kommunikation und Austausch möglich macht. Dann vor der Fotografie von Matthias Horn, ist hier so eine Audioarbeit von Jelka Plate zu sehen. Da konnte man sich hinsetzen und ein Audiostück hören, das hieß Etwas verdienen, ja. Etwas verdienen meinte, dass Jelka eben über Jahre ja prekär gelebt und gearbeitet hat als Künstlerin und als Bühnenbildnerin und Kostümbildnerin und eben genau in dieser Gruppe der Goldene Engel und anderen Gruppen von Schlingensief eben gearbeitet hat und da eben auch sehr, ja, kapitalismuskritisch gearbeitet hat und sich plötzlich, dadurch, dass ihr Vater verstorben war, in der Situation fand, dass sie plötzlich geerbt hat und mit diesem Class-Switching und den Problemen, die das mit sich bringt, in dieser Audioarbeit spricht, die auch sehr auf der Klassenfragen-Website hören können. Also was passiert, wie kommen wir damit klar, welche Privilegien sind plötzlich auch undenkbar, unannehmbar, nicht mit der eigenen Identität zu vereinen oder welche Möglichkeiten geben sich daraus? Also aus dem plötzlichen Zugang zu, in dem Fall, bescheidenen Reichtum. Ja, die Working Class Daughters hier, das ist eine Gruppe, die zwei Arbeiten gezeigt, also die ein Audistück gezeigt haben, wo sie eben, das sind drei Frauen, die auch eher aus dem Theaterbereich kommen und die ein Audistück hier auf diesen Autositzen gezeigt haben, die eben auch die migrantische Perspektive, aus der die drei Leben und Arbeiten und Argumentieren beschreibt. Also was passiert, wenn man dann eben diese Klassenreise hinlegt, wenn man plötzlich eben studiert, wenn man ein Studium hinlegt und damit eine andere Sprache spricht als die Herkunftsfamilie. Also ich kenne das auch sehr gut. Also plötzlich benutzt man Worte und Begriffe, die einem erst mal ungewohnt sind und irgendwie im Mund liegen. Also für mich, ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, aber für mich war das Wort Arbeit. Ja, also wenn man in der Akademie über die eigene Arbeit gesprochen hat, das ging mir drei Jahre lang nicht über die Lippen. Ich fand es so mühsam, von Arbeit zu sprechen, wenn ich das Wort Arbeit oder Erbet, wie man bei uns zu Hause sagt, mit harter körperlicher Arbeit verbunden habe. Und das, was für mich eben der künstlerische Ausdruck oder das Malen oder das Basteln oder was auch immer war, das war für mich Spaß oder Freizeitgestaltung. Oder ich habe das einfach nur mal Geschmarre genannt, um es irgendwie auch so schämisch, schamhaft zu entwerten, weil ich einfach es nicht als wertvoll empfinden konnte, etwas, was ich mir so stehle, weg von der Arbeitszeit, die ich eigentlich ausführen müsste. Also das Arbeiten auf dem Feld, die Arbeit im Wald, alles, was ein Bauernhof eben am Laufen hält. Und da gehört sicherlich jetzt eine malerische Praxis nicht zu. Also über dieses sich Entfernen von den Eltern, dass quasi seine Herkunft verlieren, während das Menschen vielleicht mit anderen Klassenprivilegien, denen die künstlerische Arbeit vielleicht eher nahegelegt wird, wo es zur Erziehung dazugehört, dass man ein Instrument erlernt, dass man sich musisch bildet, dass das ganz unterschiedliche Voraussetzungen sind, die Scham erzeugen, Angst erzeugen oder auch Druck erzeugen oder Trauer, Depression, Alters. Ja, Kunstmarktwahnsinn war ein weiteres Kapitel. Da wieder der kurze Text dazu. Das Arbeitsfeld Kunst ist durch eine paradoxe Gleichzeitigkeit geprägt. Es gibt die große Hoffnung auf die glänzende Karriere im Kunstmarkt. Doch die meisten KünstlerInnen arbeiten unter prekären Bedingungen und finanzieren sich durch Jobs auf Mindestlohniveau. Arbeit wird verschwiegen und gleichzeitig fetischisiert. Trügerische Erzählungen, wie die vom Tellerwäscher zum Millionär in Anführungszeichen, werden auch in der Kunstwelt munter weitergesponnen. Die Ausstellung lenkt den Blick darauf, was diese Paradoxien mit den KünstlerInnen machen. Sie stellt Arbeiten aus, die die Klassenreisen vom unterbezahlten Galerieaufbaujob zum exklusiven Galeriedinner von der Kunstfernen Herkunftsfamilie zur Kunstbabel thematisieren. Dabei ist zu beobachten, dass die Wahrnehmung der eigenen Prekarität sehr subjektiv ist. Wie bedürftig ist man wirklich, wenn man ein Erbe erwartet oder eine Eigentumswohnung besitzt? Ja, also vielleicht ist Ihnen das schon mal untergekommen in der Kunstwelt, dass Sie die extremen Klassenunterschiede, die da herrschen, ich glaube, kaum in einem anderen Feld wahrnehmen. Ja, also mir ging das eben so, dass ich gleich nach dem Studium begann. Ich habe einfach die Kunstgeschichte so geliebt und ich habe dann begonnen, für eine Sammlerin zu arbeiten, weil die Führung durch ihr Haus dafür Menschen suchte, die das machen. Und die Sammlung war der Hammer. Und es hat so einen Spaß gemacht, sich da mit Dingen auseinanderzusetzen, von denen ich nichts, gar nichts wusste und die mich mir tatsächlich nicht mit dem Hintern angeschaut hätte, weil ich sie nicht verstanden habe, weil das alles so wahnsinnig anders war, als das, was ich kannte. Und während das alles so anders war, war aber auch der Rahmen, in dem ich mich da bewegt, ein ganz anderer, also die Sprache. Wie ich mich da auch kleiden musste, damit ich nicht auffalle. Wie ich mein Dialekt da nicht pflegen konnte, sonst hätte man mich ausgelacht. Wie ich Fremdsprachen fließend sprechen musste, um wahrgenommen zu werden oder da reinzupassen. Und wie man gleichzeitig mit unfassbar reichen Leuten ständig in einem Austausch war und in Lebenswelten reingucken konnte, die für mich als so Landei, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, als so ein Bauernfünfer, wie man bei uns zu Hause sagen würde, niemals zugänglich gewesen wären. Also diese krassen Unterschiede von Zugängen und Reichtum, die da plötzlich vorhanden sind, die sind in der Kunstwelt eben besonders steil und die laufen aber auch, also die Kunstwelt läuft auch deshalb, weil so viele da irgendwie so rein möchten und dafür alles tun und dazu eben auch das unbezahlte Praktikum in Kauf nehmen. Das kann man sich aber natürlich auch nur leisten, wenn einen die Eltern zum Beispiel unterstützen oder wenn man irgendeine Form von anderen Hintergründen, finanziellen Hintergründen hat. Ja, Belencierge Mack oder Belencierge Becher war eine Arbeit von Hito Steyer, Giorgo Gagoschice und Milo Strachilovic, die in der Ausstellung zu sehen war und die ist durch ihren Preis, der hier Teil der Arbeit ist, eben so besonders erstaunlich, denn dieser Kaffeebecher, der kostet 11.000 Dollar. Ja, und dieser erst mal willkürlich erscheinende Preis, der uns jetzt in der Kunst wahrscheinlich kaum mehr überrascht, denn wenn da ein dicker Name dran steht, wie zum Beispiel bei Hito Steyer, dann erwartet man fast, dass was schön teuer ist, also nicht nur schön, sondern ganz schön teuer, weil es einfach neben dem ideellen Wert, dem symbolischen Wert, eben auch den finanziellen Wert betont, der sich darüber wiederum ausdrückt, also die Bedeutung, die Wichtigkeit, sich über den Handelswert festschreibt. Balencierschen Markt, das klingt ja erst mal so ein bisschen wie Balenciaga und auch das Schwarz, weil es vielleicht so auf diese Marke hin, die Sie vielleicht kennen, das ist eine Marke, die gerade im Kunstkontext sehr bekannt und ja auch geläufig ist, also die Balenciaga schauen, die guckt man sich dann eben online an, weil man eben wissen muss, was die heiße Scheiße ist und Balenciaga ist eine Marke, die eben gerade so eine Ästhetik des Prekariats, wenn man es so sagen möchte, in den Luxussektor transferiert. Also Demner, der Chefdesigner von Balenciaga, der kommt aus Georgien, ist im Georgienkrieg aufgewachsen und da ist er mit einer Ästhetik aufgewachsen, die gespeist war von den Klamotten, die aus Westeuropa als Hilfslieferungen dahin geschickt wurden und die man dann eben angezogen hat aus Not. Also Klamotten, die meist irgendwie zu groß waren, die vielleicht Riesenschulterpolster hatten, weil es eben eine ältere Mode war und wo man dann eben so reingestellt aussah ein bisschen. Und diese Ästhetik hat er quasi dann zur Luxus, also in diese Luxusmarke Balenciaga überführt und da sehen wir schon wieder so einen Prozess von Wertung und Umwertung, den die Marke darstellt. Und wenn man dann aber, wenn eine Marke aber sehr wertvoll ist und bei Balenciaga, das war mal eher so ein behäbiges Pariser Haus, das dann eben durch Demner eben zu so einem schicken Haus wurde, wieder, dann werden solche Marken natürlich auch sofort so kopiert, ja, massenhaft kopiert und dann wird die Marke eben auch so in Knock-offs oder in so Kopien vertrieben und das wäre eben Balenciage war, das war eine Marke, die eben Steyr, Dagoschice und Tragilovic entdeckt haben bei der Forschung über Balenciaga, weil sie eine große Videoarbeit gemacht haben, die eben die Kontext von Kapitalismus, dem Zusammenbruch von dem Regime in Georgien, also Systemwechsel, Mode, Krieg verhandelt haben und dabei eben Balenciage dem ganzen, also den Titel Balenciage gegeben haben, ja. Der Titel, der Preis der Arbeit 11.000 Dollar, der wiederum kommt von einem paar Sneakers, also einerseits war Balenciage auch oft ein paar Sneakers drauf, aber 11.000 Dollar ist tatsächlich der Preis, den Bernie Sanders mal in einem YouTube, in einer YouTube-Sendung erraten sollte, die eben die Air Yeezys aufrufen. Also wenn man ein paar Air Yeezys kaufen möchte, dann kostet die eben zu dem Zeitpunkt, als Bernie Sanders das raten sollte, eben 11.000 Dollar. Ja, also was, woran mal wahnsinnig werden kann, dieser Wert, Umwertung, Bewertung und gleichzeitig was, wovon natürlich Künstlerinnen und Künstler träumen, dass sie berühmt werden, dass sie bekannt sind, dass sie gesehen werden. Und wir hatten eben tollerweise auch Zugang zur Sammlung der Berlinschen Galerie, ja, in der wir ausgestellt haben. Und da war eine, also wenn man da durch die Sammlung sich sucht, und das habe ich eben gemacht, dann gibt es da etwa, ja, dann gibt es da etwa sowas, also über 100.000 Einträge, ja. Sie können die Sammlung auch online einsehen. Und von diesen 100.000 Einträgen haben dann vielleicht 10, 20 Prozent tatsächlich auch ein Bild mit dabei. Und von denen sind aber die allerwenigsten, also wenn man sich die alle durchguckt, man findet kaum was zu Klasse oder eine kritische Arbeit zum Kunstmarkt, ja. Aber ich habe die hier von Paul Goesch gefunden. Das war ein Künstler, der in den 20er-Jahren künstlerisch aktiv war. Der hatte eigentlich eine Architekturausbildung. Und der ist tatsächlich, ja, in seiner, der ist, ja, der hat, der ist, der hat der bei starken psychischen Beeinträchtigungen ausgesetzt und ist auch tatsächlich 1940 in Brandenburg an der Havel in einem Vernichtungslager umgebracht worden, ja, als jemand, der als, ja, wahnsinnig, wenn man so sagen würde, damals gewertet wurde. Ich werde berühmt, heißt die Arbeit hier von ihm, ja, und wir sehen, dass er hier, Selbstporträt, in der Mitte steht wahrscheinlich mit der, mit der Melone und den Brillengläsern und drumherum steht so Goesch, 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 Goesch auf Licht, Litfaßsäulen, an den Fassaden, also der Name ist plötzlich überall, man wird gesehen. Also diese Sehnsucht, die treibt KünstlerInnen an, sich zu verausgaben, sich, ja, sich unter dem Motto, du schaffst es schon, wenn du dich nur genug anstrengst. Ja, es geht nur um deine Anstrengung, und dann geht das. Also wieder diese Fantasie von, das ist schon alles machbar, da muss nur gut genug sein, das wird er mir auch immer wieder gesagt, anstatt, dass es wirklich einfach nur um Zugänge geht, dass es vielleicht nur darum geht, dass man das finanzielle Backing hat und es sich leisten kann, KünstlerInnen und Künstler zu sein. Herr Arthur Segal, von dem war noch eine Arbeit, die mir in der Sammlung der Berlinschen Galerie aufgefallen ist, die wir auch in der Ausstellung gezeigt haben und dessen Arbeit hieß, Künstler ist Erdenballen der Maler, und das ist wie so eine kleine Moritatentafel, ja, wo so eine Bildergeschichte erzählt wird, wo ein Maler im Atelier steht, ganz allein, und dann aber refusiert wird, ja, zurückgewiesen von dieser Gruppe von Herren, die sein Bild bewerten, dann diese Verzweiflung, dann in die Kunsthandlung gehen, das Bild anbieten, es gibt dafür keinen Gebrauch, man sei talentlos, die Verzweiflung und dann eben hier der, ja, vermutlich der Tod des Künstlers und dann eben am Ende des Ganzen steht hunderttausend, ja, damals wahrscheinlich Reichsmark als Preis für dieses Bild und das Grab am Ende, ja, also irgendjemand macht damit dann Geld und das ist, hat bei Arthur Segal einen ganz interessanten Hintergrund, denn die, Arthur Segal war wie Vlad, eben Einwanderer aus Rumänien, dazu auch noch jüdischer Herkunft und ist dadurch dann 1933 nach London geflohen, hat dort und ist dort 1944 während des Bombenangriffs umgekommen und ja, also von seiner Arbeit konnte er nie wirklich leben, obwohl er in Kunstkreisen bekannt war, also der war durchaus mit vielen Künstlern und Künstlerinnen und Künstlern der damaligen Zeit bekannt und vertraut, hat auch viel ausgestellt, war Mitglied von der Gläsernen Kette zum Beispiel in der Berliner Künstlerinnengruppe, aber das Interessante ist, dass diese Arbeit jetzt eben einen Versicherungswert von 150.000 Euro hat, ja, also das hat sich so seltsam bewahrheitet, was hier so angedeutet wird, nur noch, dass nochmal das quasi Doppelte draufkam oder die, also in 50 Prozent draufkam, ja, also ganz, ganz spannend und tragisch. Lehrstellen, ja, ein weiteres Ausstellungskapitel. Welche Künstlerinnen bleiben aufgrund von Zugangsbeschränkungen unsichtbar? Worüber wird aus Scham nicht gesprochen? Eines der Tattoo-Boo-Themen, das in der Ausstellung offensiv adressiert wird, ist Altersarmut. Sie betrifft Künstlerinnen wie Hanna Höchter, über die werden wir gleich sprechen, aber auch viele andere Künstlerinnen. Die Ausstellung präsentiert darüber hinaus Arbeiten von KünstlerInnen ohne akademische Ausbildung oder festen Wohnsitz, sowie von KünstlerInnen mit Lernbehinderung oder mentale Beeinträchtigung. Und sie macht Platz für KünstlerInnen, die Systemwechsel erfahren haben. Darüber haben wir gerade gesprochen. Ja, also worüber wird nicht gesprochen in der Kunstwelt? Ja, und das ist natürlich die Armut, die eben am ehesten eben fetischisiert wird. Ja, also es ist dann so, wie Sie kennen vielleicht die Malerei der arme Poet. Das war mal so das Lieblingsbild der Deutschen. Und das zeigt ja so den leidenden armen Künstler als so ein Fetischobjekt. Ja, also wie schön ist es, wenn da jemand für uns leidet, während es uns schon so schön warm ist in der Kunstbetrachtung. Ja, also wie schön gruselig ist es und wie nett macht man es sich da. In Anführungszeichen. Die 2021 gab es vom BBK, vom Bund Berliner KünstlerInnen, ein Stipendium für Menschen über 60, die 2000 Euro bekommen konnten, wenn sie eben sich bewerben würden um dieses Stipendium. Und da sind Hunderte von Bewerbungen eingegangen. Und es waren, da musste man sich eben tatsächlich das Recht ausziehen, also seine Einkommen, seine Einkommensverhältnisse sichtbar machen. Und die waren in Briefform einzusehen. Und wir hatten dazu Zugang, weil Frauke Bogasch, die eben auch Mitglied des kuratorischen Teams war, die Sprecherin des BBK ist und diese Briefe gesehen hat. Und dann hat sie eben diese Briefe lesen können, weil sie einfach Zugang hatte. Und dann hat sie die Menschen angeschrieben, die diese Briefe geschrieben haben und gefragt, ob wir diese Briefe in der Ausstellung zeigen dürften, weil die eben die prekären Einkommensverhältnisse und gerade Altersarmut, was eben wirklich ein bedrohliches Thema ist und eine Realität für viele Künstlerinnen und Künstler, so transparent und sichtbar macht. Und 16 von den Künstlerinnen und Künstlern, die wir angeschrieben haben, haben die Veröffentlichung erlaubt. Und wir haben dann die Namen eben geschwärzt und die Briefe erzählen eben von extremen Einkommensverhältnissen, also von Armut, aber auch eben von dann dazu eben noch die körperlichen Beeinträchtigungen, die verschiedenen Bedrängnisse, unter denen diese Menschen leben. Und allein materiell haben die Briefe auch schon gezeigt, dass, also dieser Große hier, den Sie in der Mitte sehen oder rechts, der war zum Beispiel handschriftlich verfasst. Also daran hat man schon gesehen, dass es da vermutlich keinen Zugang zu einem Computer gibt, also auch schon so ein Verweis auf Zugang. Hier nochmal diese Briefe im Einzelnen. Und es war interessant zu sehen, wie die Menschen da eben auch wirklich stehen blieben und sich diese Briefe so durchgelesen haben und dieses Dokument, dieses anonyme Dokument, tatsächlich auch so eine Realität, eine Wahrheit aufgemacht hat. Ja, Hannah Höch, von der habe ich einen Brief in der Sammlung der Berländischen Galerie. Hannah Höch ist quasi so das, man könnte sagen, so die Galerion der Berländischen Galerie. Die Berländische Galerie hält den Estate, also den Nachlass von Hannah Höch und da sind eben über 2000 Artikel von Hannah Höch in der Sammlung. Ja, und das sind viele Briefschaften, viele auch Kommunikation mit der Kunstwelt, mit der die eben internationalen Verbindung war. Also es zeigt so ein reiches Leben von Kunst schaffen und von Prominenz und gleichzeitig von, ja, auch Diskriminierung. Denn als Frau war die natürlich in den 20er Jahren als Künstlerin fast unsichtbar. Ja, die kam aus sehr befrivilegierten Verhältnissen, ja, ist aber dann als Künstlerin, musste sich selbst, hat sich eben den Reichtum ihrer Familie hinter sich gelassen, hat sich selbst versorgt, hat dabei währenddessen ihre Partner, was ja auch ein klassisches Phänomen ist, dass die Partnerin die Künstlergatten versorgen, das ist häufig eben auch so ein Projekt, das auf Selbstausbeutung rausläuft. Und von Hannah Höch gab es eben den Brief hier, den ich gefunden habe in der Sammlung, wo sie eben um Schuldenerlass beim Deutschen Künstlerbund, also quasi so eine Parallelorganisation zum Berliner Künstlerbund, also hier so daneben hängt, gebeten hat, weil sie einfach den Mitgliedsbeitrag nicht bezahlen konnte. Wir haben auch von diesen Künstlerinnen Arbeiten gezeigt, also eine hier von Elke Philomena Kupfer, die haben die im Atelier besucht und die eben eine Künstlerin, die auch DDR sozialisiert ist, die malt und die hier eben eine Arbeit gezeigt hat, die so eine Plastiktüte, also auch was, was so wert, Einkaufen, Kapitalismus, Warenfülle zeigt und darunter eine Malerei, die eben auf einen gefundenen Stoff aufgebracht ist. Karin Pausers Arbeiten, eine Künstlerin, die lange auf der Straße lebte, von 1971 bis 1984, die Fotos gemacht hat von ihren Mitmenschen mit einer Kamera, die sie von der Diakonie geschenkt bekommen hat und eben aufgezeichnet hat, wie ihre Mitmenschen leben. Das hier rechts ist eine Aufnahme von einer Kunstaktion, wo die 1986 in Hannover, wo Karin Pauser eben lebt, die so einen Friedhof für obdachlose Menschen inszeniert haben. Den gibt es ja einfach mal nicht. Also für diesen unsichtbaren Tod. Von Karin Pauser war auch diese Fotografie hier im Karton neben dem Brief von Hanna Höch zu sehen. Karin Pauser hat jetzt das Bundesverdienstkreuz für ihr soziales Engagement bekommen. Die hat eben seit den 80er Jahren ein Obdachlosen-Magazin oder Wohnungslosen-Magazin in Hannover gegründet und dann auch weiterhin immer da mit drin publiziert und das ist vorangetrieben. Christian Specht, ein Künstler, den Sie vielleicht als Leser der Leserinnen der Taz kennen. Der Specht der Woche ist da so eine Rubrik, die man kennt, eben Zeichnungen, die so mit dem Filzstift gemacht sind häufig, die so ganz vielleicht auch eben unkunstig auf den ersten Blick sind und die eben sich eben mit hier so, das wäre so ein Bild von dem Parlament, mit eben, ja, dem oben und unten auch auseinandersetzen und auch materiell vielleicht so eine in Anführungszeichen arme Praxis zeigen. Und dann eben zu den Handlungsoptionen. Wie kann das Arbeitsfeld Kunst solidarischer werden? Wie sehen widerständige Praxen aus, die Diskriminierungsformen verschränkt denken? Der Ansatz, das Kunstfeld auf Klassismus hin zu befragen, mündet in Fragen nach Handlungsoptionen und Lösungsvorschlägen. Dazu zählen Bemühungen, Produktionsbedingungen transparent zu machen, ebenso wie die Entscheidung, nur noch im Kollektiv zu arbeiten und dem idealisierten Bild, das der genialen individualisierten Künstler in gemeinschaftliche Arbeitsweisen entgegenzustellen. Dabei ist klar, Klassismus wirkt in allen Bereichen der Gesellschaft und sollte umfassend benannt und kritisiert werden. In dieser Ausstellung beginnen wir damit, indem wir einen besonderen Fokus auf das Kunstfeld legen. Ja, Frauke Bogas zeigte dann ein Video, das sehen wir hier im Pappkarton. Ja, also häufig sind ja auch so Rückprojektionen, was das sehr aufwendig gestaltet ist. Und bei Frauke Bogas war das dann eben eine Arbeit, die, ja, über ihr, also man bewirbt sich auf Stipendien, wie Sie wissen, in der Kunstwelt. Sie hat sich eben tatsächlich über 17 Jahre auf ein Stipendium beworben und hat es dann bekommen und hat dann eine Videoarbeit darüber gemacht, wie strange das dort eigentlich ist, in dieser Residency in der Cité des Arts in Paris. Und wie komisch es ist, da eben in Paris zu leben und plötzlich so eine aus dem ständigen Arbeiten für andere Künstlerinnen und Künstler. Sie hat eben hauptsächlich im Ausstellungsaufbau als Künstlerinnenassistentin gearbeitet oder gekocht für eben für Künstlerinnen, Ateliers. Und wie man plötzlich so hauptberuflich Künstlerin ist und damit irgendwie so gar nicht richtig klarkommt und da eben auch die Cité des Arts, wenn es mal dort war in Paris, mal eben auch an der Stelle ist, wo man von Wohnungslosigkeit komplett umgeben ist und gleichzeitig so ein luxuriöses Residentiatinnenleben führt. Also diese Paradoxien. Ja, von Labüse, das war eine Gruppe, die Frauke in Paris kennengelernt hat, gab es eine Besucherinnenbefragung und eine Datenerhebung unter den Ausstellungsteilnehmerinnen und Museumsarbeiterinnen. Die haben einfach nachgefragt, wer was verdient, was sie gern verdienen wollen würden, was sie bräuchten, damit sie überleben können und das eben ganz transparent gemacht an der Wand. Und dann konnte man eben, das sehen Sie hier, auch so selbst dann so als Ausstellungsbesucherin seine Hintergründe sichtbar machen und damit eben quasi so Daten produzieren, die zeigen, wer die Ausstellung sieht und wer sie macht. Die Berlinische Galerie ist ein Ort, der vielleicht, ja gerade eher so in dem, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht auch von dem, das ist jetzt ein bisschen verkürzt, aber schon auch von dem älteren und vielleicht auch eher kunstinteressierten Publikum besucht wird. Und gleichzeitig macht die Berlinische Galerie aber auch eine ganz schön gute Kunstvermittlung, wie ich finde, das werdet ihr gleich noch drüber sprechen. Was wir in der Ausstellung gemacht haben und was eigentlich die meiste Arbeit war in der ganzen Ausstellung, und das war verrückt, das waren die Labels, ja, denn wir haben, weil wir wollten, das mit der Transparenz, wollten wir so benutzen, dass wir eben auf den Labels mal das zeigen oder das besprechen, was überüber halt niemand spricht, nämlich, wer sind denn die Berufe, was sind die Berufe der Eltern, ja, von der Künstlerin oder dem Künstler, da kann man dann drauf schließen, welche, welche sozialen Schicht jemand vielleicht entstammt, das ist ja so, wenn man das verkürzt da stehen kann, oder wie viel ist die Arbeit wert, was sind die Produktionskosten von der Arbeit, ja, also hier so ein Euro, oder hier so die, die, der Versicherungswert von Arbeiten, also was steckt da dahinter, ja, hinter diesem, hinter dem, was wir in der, in den heiligen Hallen der Museen vielleicht als so gegeben hinnehmen oder so, als wäre es vom Himmel gefallen, aber was ist da tatsächlich, was steckt, dahinter. Und dann eben, haben wir tatsächlich ein krasses Medienecho erfahren zu der Ausstellung, also es gab einen riesen, also einen riesen Run auf die Ausstellung, wir hatten tatsächlich einen, die sehen ja so einen Artikel in der New York Times, wo wir wirklich überhaupt nicht mit gerechnet haben, es war so ein What, wir waren sehr erstaunt, wir haben eine große Fülle von Besucherinnen und Besuchern gehabt und eben auch ein Veranstaltungsprogramm gemacht, wo, also aus Workshops, aus Lesungen, aus Screenings, aus Panels, wo wir eben unter anderem über Umverteilung zum Beispiel gesprochen haben, also wir haben Menschen eingeladen, die Umverteilung tatsächlich schon praktizieren, zum Beispiel Martina Witte, das ist eine Frau, die bei den Pololesben in den 80er Jahren sich engagiert hat und die eben tatsächlich so ein solidarisches Umverteilungskonto hergestellt haben, wo sich mittellose Menschen der Community, der eben in der Stelle der lesbischen Community, damals einfach über eine Bankkarte einfach Geld abheben konnten. Ja, sie konnten, da gab es ein Konto und man konnte sich Geld abheben, ohne nachzufragen, von denen es ist, also eben von den reicheren Menschen der Community, wenn man in Not war, also so Umverteilung praktisch gedacht, wie geht das, wie funktioniert das. Dann gab es eben 50 Rundgänge, die wir durch die Ausstellung gemacht haben, also es gab ein riesen, also wahnsinnig viel Interesse an Vermittlung und es war interessant zu hören, wie die Menschen darüber sprechen oder was es, wie viel auch Interesse es von Künstlerinnen und Künstlerseite gab, aber auch wie viele Menschen sonst auch so meinten, ach so, nee, ach krass, nicht drüber nachgedacht, ja, nee, klar, also das, was ich in den Galerien sehe, das ist quasi, das kommt aus Produktionsprozessen, die vielleicht nicht besprochen werden oder wer zeigt und wer kann zeigen, wer kann nicht zeigen, was bleibt unsichtbar und die Website, auf die haben wir schon hingewiesen, die können Sie sich dann anschauen. Es gab auch eine, ein Kunst-, also ein Schülerinnenprojekt, das ich mit Schülerinnen und Schülern gemacht habe und dazu lese ich mal kurz, wenn ich das kurz finde, also wenn wir noch die Zeit haben, kurz aus einem Erlebnisbericht von einer Schülerin vor, also wir haben eben, ich war, mein Schulpraktikum, ich habe nämlich den Q-Master gemacht am, oder bin da gerade mit durch fast, an der ODK, wo ich ja auch bizarrerweise lehre, also und studiere, das ist so eine ganz wilde Situation, einfach weil auch meine Galerien weggefallen sind, während der Corona-Zeit und man dann sich so irgendwie, ich mich immer wieder in der Lehre, in der künstlerischen Lehre dabei ertarpt habe, wie ich gemerkt habe, so ich erzähle den Studierenden immer, das ist das Beste, was sie mit Kunst überhaupt machen können, um Klassenunterschiede zu überwinden, eben in die Schule zu gehen, weil man da eben ein relativ demokratisches Bild von Klientinnen quasi hat, mit denen man arbeitet und die Kunst in die Breite geben kann. Ja, ich habe da ein Projekt mit Schülerinnen und Schülern während meines Praktikums, meines Schulpraktikums gemacht und da ging es um Klassismus und da haben sich eben die Schülerinnen, hat eine Schülerin eben, also wir haben dann, ich habe mit denen ein Projekt gemacht, sie sehen hier Beispielarbeiten und eine Verzeihung jetzt gerade und wir haben dann eben zu diesen Arbeiten, das haben die sich selbst ausgesucht, haben die auch nochmal jeweils Texte geschrieben und eine Einführung zeigt so ein bisschen, worüber wir gearbeitet haben, von Elisabeth Dox, das ist die von der Schülerin. Das ist Klassismus. Mit dieser Frage haben wir uns im Zuge eines Projekts im Kunstunterricht näher beschäftigt. Anfangs war mir wenig bewusst, wie vielfältig dieser Begriff eigentlich ist und was sich dahinter verbirgt. Klassismus leitet sich von dem Wort Klasse ab. Man kann es mit der Platzwahl in einem Flugzeug vergleichen. In der First Class sitzen nur die Reichen. Klassismus ist die Diskriminierung für Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder sozialen Position. Die Menschen werden allein nach ihrer Herkunft und ihrem Aus, nach ihrer Kleidung und ihrem Aussehen beurteilt. Geld bestimmt den sozialen Status, Vorurteile sind ausschlaggebend, außerdem sind Sexismus und Rassismus weitere Diskriminierungsformen in der Gesellschaft. Diesem Thema näherten wir uns auf unterschiedliche Weise. Bei einem Gruppenspiel verkörperten wir verschiedene Personen in unterschiedlichen sozialen Positionen. Es wurden bestimmte Aussagen oder Alltagsbeschäftigungen beschrieben, wie zum Beispiel, ich kann mit Freunden in den Urlaub fahren, ich kann zum Zahnarzt gehen oder ich werde nicht gemobbt. Bei einer zutreffenden Aussage durfte man einen Schritt weiter nach vorn gehen. Am Ende zeigte sich deutlich, dass die Personen, welche in der Gesellschaft als privilegiert gelten, weit vorne standen. In unserem Projekt haben wir das Thema Klassismus-Diskriminierungs dargestellt. Dabei haben viele aus unserem Kurs bei ihren Gemälden keine Gesichter gemalt, dass beim Klassismus nicht um einzelne Persönlichkeiten und Charaktere geht, sondern um die soziale Herkunft und die Position, die sie in der Gesellschaft haben. Und dann hat eben jede, also es war so, dass der Lehrer, bei dem ich da mein Praktikum gemacht habe, der hat sich eben ein Malereiprojekt, das sollte in dem, das war ein Lehrplan so drin, dass es eben in der Zeit ein Malereiprojekt sein sollte. Und ich habe, dann haben eben die Schülerinnen jeweils ein Bild zu Klassismus gemalt und wir haben vorher eben Sensitivity Trainings, Sensitivity Trainings gemacht, wie dir das vielleicht sich gerade vorgelesen hat, diese Übung, einen Schritt nach vorn. Wir haben Workshops mit den Künstlerinnen der Ausstellung gemacht, die dann in die Schule kamen und da mit den Schülerinnen und den Schülern gearbeitet haben. Das hat einen Riesenspaß gemacht. Wir haben Ausstellungsbeiträge in den Ausstellungsbeitrag in der Berlinischen Grillerie eben auch gezeigt und dabei kamen, also waren dann, also ich hatte mir eben eigentlich, ich hätte gedacht, dass wir das gemeinschaftlich machen und dass wir alle zusammen eine Arbeit machen, aber die Schülerinnen und Schüler, die wollten einfach jeder ein Bild malen, ja. Und es sollte dann eben auch, also ich hätte so vorgeschlagen, könnte man Stoß an Stoß hängen, aber die wollten einfach mal partout so eine Galeriehängung und das eben als Poster und einfach vergrößert und große Arbeiten dann in diesem Ausstellungsraum und dazu jeweils die Texte und man konnte sich da eben so schön auf so einem großen Sofa dazulümmeln und dann eben diese Texte der Schülerinnen lesen, was ich, die ich besonders schön und berührend fand. Ja, wenn man jetzt so über, vielleicht als Ausblick noch kurz über Antidiskriminierungsarbeit spricht, dann frage ich mich ja gerade so ein bisschen, was man da eigentlich machen kann, ja. Und einerseits glaube ich, dass da so psychosoziale Versorgung eine große Rolle spielt, also Stärkung der psychosozialen Versorgung, denn ich glaube, dass Diskriminierung häufig mit auch Diskriminierungserfahrungen, mit auch psychosozialen Belastungen einhergeht und deshalb sollte die Versorgung da vielleicht auch eine größere Rolle spielen, auch für uns als Lehrende, da vielleicht auch bestimmte, Grundkenntnisse von Belastungsformen überhaupt zu erkennen, dann eventuell inklusive Gemeinschaftsangebote. Ich selbst bin Teil von einer Hochschulinitiative Students, Artists and Scholars at Risk, wo wir Menschen, die Risiko betroffen sind, eben versuchen, Zugänge zu verschaffen. Also das kann übersprachliche Zugänge hergestellt werden, also gerade wenn es Menschen mit Fluchterfahrung sind, das dem man den vielleicht Ämtergänge erleichtert, dass man versucht, die in den Unibetrieb reinzubringen, ja, so, das wäre jetzt so, was ich versuche da mit dieser Students, Artists and Scholars at Risk Initiative mitzutragen. Dann eben Sensitivity Trainings für Lehrende und Studierende sind auch wichtig, denn wir brauchen alle Wissen zu Diskriminierungserfahrungen, denn sonst nehmen wir die nicht wahr, ja, diese Übung, einen Schritt nach vorn, die zeigt sehr gut, dass man eben das, was man nicht vor sich sieht, das sieht man nicht, ja, also wenn man in einer besonders privilegierten Position an der Spitze der Gesellschaft steht, dann guckt man vielleicht nicht so genau und kann es auch nicht nachvollziehen, was es heißt eben, sich, was es heißt, nicht zum Zahnarzt gehen zu können, was es heißt, auf der Straße zu leben, was es heißt, die Sprache, die Sprache im Himmel, im Land nicht zu sprechen, all das, ja, also dazu braucht es Trainings. Und dann ist natürlich in der Lehre auch die Frage nach den Kanonfragen ganz wichtig, also was ist vermittelbar, ja, also wenn wir die ganze Zeit nur die Hochkultur, die Hochkunst besprechen und nur bei Michelangelo und vielleicht, und bei Ed Reinhardt bleiben, ja, so, dann ist es schwierig für, gerade für Schülerinnen und Schüler aus anderen Herkunftskontexten als aus den bürgerlichen Kontexten Zugang zu finden oder sich zu identifizieren. Und ich fand es total spannend, wie wir eben gerade, als ich die Künstlerin mit in die Schulklasse nahm, wie die Schülerinnen, gerade die vielleicht die, also es gab eine Künstlerin, die ich mitgenommen habe, die türkische Herkunft war und gerade die türkischstämmigen Schülerinnen und Schüler, die waren, also es war so ein totales Yes im Raum. Es war so ein klares Jawohl. Du, wir können, wir sehen dich, wir sehen uns in dir, ja, und das hatte so ein, also wenn man jetzt mal so von, naja, Empowerment spricht, also ich glaube, das war das, wo ich das mal so wirklich war, richtig gesehen habe, wahrgenommen habe, was das heißen kann, dieser Begriff. Ja, und dann würde ich so in die Runde abgeben, was denn Ihre Vorschläge für Antidiskriminierungsarbeit wären und mich eben an der Stelle dann auch für den Vortrag oder für die endlose Geduld, für mein langes Ranting hier bedanken, denn das waren jetzt wieder mal anderthalb Stunden zuhören für Sie und ich hoffe, es war jetzt, es war, ja, es war erträglich. Ja.